dabei ist marieke und der und der des pronix ja hallo meine lieben leute gleich mittag zustoßen wird auf jeden fall noch und sagt denn das mausie warum die ganzen kommenden zu erinnern ist der liebe halt oder bei jenny ja ich bin auch dabei ich glaube ich na ja sie sorgen jackpot jenny sagt erstmal löchen an den rest der wuss auch ja schön die ui funktioniert ja die ganzen kommend ich habe mich halt heute ein wenig dran aufgemacht perfekt was hinzukriegen das muss ich jetzt natürlich nebenbei mal ausprobieren seid ihr abgegangen 97 eingebe weil ich ja so gerne scheiße sage marieke torsdok letztens gesagt bei tagen wo wir aufgehört haben dass du das minibike runtergefahren hast ja das minibike stand aber gerade oben weil er ohne scheiß als mir jemand hallo sagen hallo stand gerade leben wir ja falls es irgendjemand noch zu lange dauert kommt doch naja egal also wenn es noch läuft ja minibike ist auch noch voll also ich bin gleich bei den jenny gefällt es dir dazu zu sagen ist das können nur regula 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 user tut mir leid ich braine ähm das ist gut also welche die mindestens mindestens fünf stunden bei meinem stream schon zuschaut haben jetzt würde es jemand so lange aushalten ja das ist cool das finde ich gut theoretisch muss ich mir jetzt aber auch noch ein command machen was meine commands angibt das habe ich nämlich vergessen ok wo weit war ich denn das und das und das und achso ich war ja noch hohen zeit eingestellt 8 uhr 56 dann schauen wir doch mal raus ins gärtlein ins gärtlein lange nicht mehr gesehen das stimmt ich weiß ja noch was das letzte ist was ich was ich gemacht habe ich weiß was du letztens getan hast nee skara draußen abgeschossen mit dem ok ok wie du mir das sagen kannst für die planer ok pilze 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 schön schön aber das und mais jenny das wird ganz einfach sein weil ich werde dann ich werde dann unter ausrufezeichen commands da noch wirklich alle eintragen oder da haben wir mal schöne hose und der will meine ganzen schuhe nicht haben das stinkt ihm zu sehr ne zu viel wahrscheinlich von den gleichen hast du doch noch mehr drin was du verkaufen kannst du stinkst gar nicht war heute morgen duschen so lange schon her ich dachte du gehst hier vorher mal duschen aber nein natürlich nicht du willst ja nur dass die zombies dich nicht riechen gut dass du nicht aus hamburg kommst doch lass sie mich riechen wer hat hier eigentlich die klappe kaputt gemacht so gut dass ich nicht aus hamburg komme wer willst du das wissen gut dass ich nicht aus hamburg komme gut dass ich kaputt gemacht weil sie gesperrt war weil irgendwer so komisch war und alles gesperrt hat ich war das nicht du die gesetzt hast wegen der zeiten ich hab nichts gesperrt achso ja nicht du hi mausi willkommen im stream ich hab dich schon angekündigt das war ein lieber ah ok hallo mausi ja das kaffee so und was haben wir denn überhaupt ähm sonntag mhm ja das auch theoretisch so jetzt machen wir hier mal eine schöne ho ach wir haben da auch minibikes ne ja ich bin aber gerade mit einem unterwegs beim händler aber eins haben wir noch wenn nicht der Rest nicht noch unten in der kiste da kannst du noch eins zusammen basteln ja ich geh mal an die kiste wow hi habt ihr eigentlich die 16-2 drauf jetzt ja ok dann hab ich auch auf den server drauf der hat mir das gleich automatisch angezeigt mhm dann kann ich ja das ui haben wir auch drin ah ähm minibike minibike auto teile wahrscheinlich ja das brauchen wir ja das brauchen wir 300 alles ok das und das ne und den bräuchten wir eventuell auch das bräuchten wir auch und das nehmen wir dann auch noch mit und schon bin ich voll und brauche gar nicht auf Bluetooth gehen äh so hatten wir den Ausklang für die minibikes jetzt schon fertig ja natürlich den habe ich mir noch gar nicht hundertprozentig angeguckt der war Wohnzimmer hinten Richtung ja ja und dann immer geradeaus das heißt ja das heißt ich kann mir das hier unten zusammen basteln und nach oben raus holen boah wenn man dir das zutraust ne nicht wirklich aber ich probier's mal das muss ich ersetzen ein Minibike war ich noch nie so ein Fan von lieber ein Auto haben ja das gibt es leider nicht äh noch nicht könnte kommen man weiß es nicht soll ja eventuell alpha 18 jetzt lieber ein Pferd die kommen dann mit Hühnern zusammen in alpha 19 ja das ist jetzt gerade ja ok das ist jetzt gerade genau genau Falschrum zusammengebaut äh hab das LOL overlay schon mal vorbereitet muss dann noch anfangen ok hört sich gut an aah so wow geht das hoch ja so steil ne oh mit ner Kurve drin äh schon ist der Herr überfordert schön das geht aber schnell da muss ich ja immer absteigen ja ja geht nicht anders ähm ach Zugbrücke richtig aha sieht da cool aus wo wollt ich denn jetzt hin welches nehmen wir denn da da ja ich bin mal gespannt was sich jetzt schon wieder alles verändert hat guck mal doch mal bisschen warm ab geht ja jetzt zur Chemiestation neben meinem Schlafsacker ok ja ja neben meinem steht glaube ich im Klo im Klo auch Kacka drin ja dann ist der Weg nachts nicht soweit dafür ist er ja gestorben achso ok ames kala guter Raketenwerfer ja und wie was die alles dreien wenn ich nicht da bin schlimm schlimm ja oder ich bitte wie kann ich die Zombies nicht mehr umfahren nicht nicht du sah gerade komisch aus du sah gerade komisch aus oh cool i wanna highway to hell ja wir auch wenn du singst ganz arm nicht ja marieke macht mir den highway to hell jetzt guck dir was ich kann ja nicht mehr umfahren na klar ich kann die Zombies nicht mehr umfahren das ist ungünstig das kannst du sein das könnte natürlich wirklich sein ja wenn ich jetzt aber nicht so gut ach du scheiße wo ist was hier unten im Klo ja ähm Ausrufezeichen scheiße bitte er ist beim Händler was ist da ja irgendjemand bitte naja ich bin beim Händler drin ja und hier ist ne Hundehorde vom Zahn alter ok das ist in der Tat scheiße ja gelobt sei der Geheimgang ja easy peasy ähm abmurksen durchs Gitter ja ich kann den Weg nicht mehr umfahren aber das schaut halt witzig aus stehen zu 5 da ja mit dem Kopf durchs Gitter ja dann spawnen die wenigstens nicht bei uns ja unendliche Weiden haben sie sich die richtige Sache ausgesucht hm oh ich kann die ganz locker mit dem Spike-Club verprügeln schön auf nem Kopf da Ach, kann man noch ein bisschen skillen bei... Das war's mit den Fünf. Ah, da ist... Nee, da geh ich nicht hin. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass wir vorhaben, wenn man auf die Karte guckt, wo ich jetzt gerade rummatsche, einen Geheimtunnel zwischen Basis und Händler zu bauen. Ah. Genau. Okay, wenn du lügst. Nicht erschrecken, irgendwann sollte es bei mir klingeln. Wenn ich gemütlich mit dem Minibike hinfahren kann unterirdisch und dann einfach nur Leiter hoch und fertig. Für die Faulen unter uns. Nö, für die, die nicht mehr viel Athletics brauchen. Also für Proxy. Ja. Nee. Warte, warst du nicht neulich noch der Duzzle, der irgendwo hinlaufen wollte? Ich war der Duzzle, der neulich ein paar Punkte gemacht hat und jetzt 63 Athletics hat. Ja, genau der Duzzle. So, ich fahr mal zum nächsten Händler und schau, ob der was irgendwas Gescheites hat. Mach mal. Wir haben bis jetzt immer noch kein Bierbuch und Samen. Gibt's nicht. Der Kaffee ist aus Dauer nicht gut für... Ja. Die Wellness. Das ist wieder unsere Stadt, ich will aber in eine andere. Doch. Doppel. Naja, ich hab die Serverzeit jetzt hochgestellt auf 1,30. Okay. Echt? Ja. Also nicht mehr 60 Tag, äh 16 Minuten Tag, sondern äh 90 halt. Hm. Aber ging dir das zu schnell? Schon ein bisschen, ja. Wir haben fast keine Zeit gehabt, irgendwas zu machen. Mich ein bisschen genervt. Waren wir denn dann? Finde ich auch nicht. Dann gucken wir da. Wir hatten hier doch so viele Städte drumrum, oder nicht? Ja, Norden, Süden und, ähm, Osten, wo ich grad bin. Ja, ja, im, im Westen haben wir auch eine, aber die ist, ähm, 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 Western. Das stellt nie um, ja. Da hab ich jetzt gerade keine Lust vor. Das stellt sich überhaupt nicht. Ja, dann Norden oder Süden. Ja, ich fahr jetzt in Süden. Oh, wer? Äh, wo ist denn du da reingeggen? Äh? Wo ist da reingeggen? Soll ich jetzt sogar die Tür öffnen? Geh, geh. Ja, ja, was geht ab? Kann ich dir die Schuhe verkaufen? Ja, nice. Danke. Ah, nehmt aber nur zwei Paar. Zwei? Nehmt der nicht normalerweise drei von einer Sorte immer? Naja, der hat gerade nur zwei Paar zurück, äh, genommen. Wahrscheinlich, wenn der schon sowas hat. Hm. Hm, weiß ich nicht. Der hat keine Bücher, alter Scheiße. Oh, die Stadt sieht doch interessant aus. Nehmen wir mal wohl. Machen. Wer ist Kaktus? Mein kleiner Röner-Kaktus. Der hat keine Fücher. Was Deko-mäßiges mitnehmen? Was hat denn der überhaupt? Hm. Munitionskisten. Ja, warum nicht? Ein altes Waschbecken will ich nicht. Ich will das rote Waschbecken haben. Ahaha. Muss auch zum Club passen. Ja. Kannst ja, glaube ich, nicht bauen, das rote. Kann ich eine Mülltonne kaufen? Ach ja, ich kaufe eine Mülltonne. Wenn wir uns in der Küchestelle machen, wollen wir mal eine machen. Das ist eine schöne. Hm. Oh, ich glaube, hier kann es interessant sein. Die drei Ventile, ja, kaufen. Drei Militärlager. Oh, die haben wir hier ja auch, mindestens. Und hier hat er noch so schön, ja. Bist du denn bitte ein Brunnen? Hm? Ich gebe es Brunnen? Ja, Brunnen. Interessant. Man wird es gesehen, glaube ich. Ach, ich glaube, das sind die Wasserspender. Wir sind damit gemeint, dass der Überhängen in den Witz-P-S. Weil das schaut so, das schaut so dann auch aus. Weil wir ja Registrierkasse. Oh, Registrierkasse für Geld. Für Händler. Hm, hm. Ich meine, wir haben jetzt, also ich habe gerade 36.000 Freund anstecken, ja. Wow, nett. Bisschen shoppen können wir ja. Komm raus hier. Ja, mein kleiner. Mach mal ein Austritt hier. Ach komm. Mit deinem langen Arm. Geh mir weg. Ich komme hier nicht mehr rein. Ja, das reicht. Aha. Noch irgendwo ein Händler? Ich habe jetzt da zwei im Osten gehabt. Den bei uns oder und den, wo ich gerade bin. Machen denn die Kraumer in der Kirche? Ich habe noch... Einer ist relativ weit im Süden. Markieren bitte. Ja, ist so. Kopf ab. Da ist noch ein Händler. Hm. Da kommst du auch an ein paar Airdrop bei. Denke ich. Was ist denn jetzt da oben? Wow. Du packst doch nicht gleich das Auto. Das kann auch nichts dafür. So. Einen glaube ich noch gefunden, was ich aufgedeckt habe. Noch weiter im Osten. Und poste mal deinen und share ihn bitte. Habe ich gerade. Habe ich nicht gekriegt. Nicht? Oder? Warte mal, habe ich den schon besprochen? Ist der... Ich teile den jetzt nochmal. Watt, watt. Heißt auch ganz kreativ nur Händler. Ne, ich habe nichts bekommen. Kann es aber sein, dass der 3,3 Kilometer entfernt ist. Von dir? Ja, das könnte gut sein. Ne, von dir. Ne, von mir aus ist der 2 entfernt. Ist der bei Aldo dort unten nach links? Dann habe ich den schon markiert. Gut. Dann habe ich den schon gehabt. Deswegen taucht er nicht auf mir. Dann fahre ich mal zu den weit da noch. Und was der schönes hat. Da steht ein Camper bei meinem Minibike. Ja, ich habe meinen Minibike draußen stehen gelassen gerade. Deswegen steht der Camper da. So. Aber langsam könnte mein Essen kommen. Ne, ich habe Hunger. Apropos Essen. Da, wo ich gerade bin, ist eine Stadt. Auch. Okay. Da bin ich, glaube ich, mit Marike durchgelanscht. Da sind wir. Ich repariere den Zweifel und den da rein. Bring die Airdrops holen, glaube ich, oder? Das war der Airdrops, ja. Oh, hier gibt es ja zigtausend Autos. Ah, hier die Bank? So, machen wir auch hier mal Action, hä? Oder ist bei dir im Süden die Bank, Aldo? In irgendeiner Stadt hatte ich eine Bank gesehen. Die macht, glaube ich, bei dir im Süden. Ich habe bisher nur ein Theater gesehen, aber ich war auch noch nicht ganz durch. Hm. Was machen wir jetzt eigentlich das nächste so? Mittags um eins. Mal ein bisschen durch die Gegend klatschen. Kannst ja herkommen, kannst ja mit mir hier die Stadt auseinandernehmen. Irgendwelche Sonderwünsche an Material oder Werkzeug, was ich mitbringen soll? Äh, genug Platz für Loot. Okay. Ja, ne, da schnapp das dritte Minibike. Ja. Wo ist das denn? Ja, Autoteilekiste. Noch drin. Es wurde noch nicht aufgebaut. Was ist das? Das außer Autoteilekiste habe ich angenommen. Okay. Da ist heute noch ein richtiges, aber da gibt es keinen weiteren Korb. Das ist das einzige, was fehlt. Das ist nicht wild. Korb finden, meinst du? Ja, aber sonst, Marika hat letztens Jahr drei zusammengebastelt. Ja. Also von jeden drei Teile halt, eben für drei Minibikes. Äh, die kommt auch dann, der... Was brauche ich noch mal? Handlebars, Chassis, Reifen, Batterie und Sitz, oder? Motor wäre vielleicht noch ganz gut. Motorbatterie ist auch nicht schlecht, ja. Benzin, ja. Ja. Ah, ja. Aha, ich sollte hier vielleicht ein... Ja, das hat geklebt. Dann hoffe ich doch mal, dass das Ding nicht immer als falsch versinkt. Wer nicht, nicht das erste Mal, also. Na. Du bist ja nicht Kekse, ne? Eigentlich nicht, ne. Eigentlich. Eigentlich nicht. Das ist eigentlich, das ist immer so faszinierend. Das sagt er ja auch immer, das wäre, das war jetzt ein Seitenhieb. So, mal gucken, was der hat. Und du siehst ja, wo mein Schlafsack liegt. Oh, grün ist das mittlerweile, das ist ja hübsch. Oh, ich glaube, ich habe was vergessen. Scheiße, ja. Benzin? Ne, Motor. Einmal, Profis. Nicht so. Also, ganz ehrlich, Benzin hätte ich ja jetzt noch verstanden, dass man das eventuell mal vergisst. Aber ein Motor. Hier, Mai. Ich dachte halt, Fred Feuerstein wäre on the road. Na, ja, gerne. Das geht natürlich noch, dass das mal als Ausrede gehen. Oh, Barock, gar nicht. Barock, gar nicht. Nehmen wir genug Munition mit, ne? Ich bin ja schon nicht bar. Das ist ein guter Tipp, ja. Weil ich habe, ich nehme sowieso, ein ganz normaler Steinpfeiler und die mache ich mir hier nebenbei von den Pfeilen, von den Federn, die ich hier finde. Okay. Na, ja. Oh, na ho. Na, machen wir es mal so. Och, toll. Wir waren hier schon drinnen. Man könnte vielleicht eine Kiste bei uns noch machen, wo wir draufschreiben, Deko-Zeugs. Boah. Wobei, könntest du ja auch in die Baumaterialien-Kiste? Äh, weiß ich nicht. Ich sag schon 14 Uhr. Ich will, dass wir das irgendwie extra haben. Was ich da einkaufe und dass wir das dann irgendwie safe haben. Und schon habe ich einen Kopf für dich. Oh, je. Boah, schlecht gelootet hier drin, ey. Boah. Ähm, ich vermute mal gar nicht gelootet. Falls du in einem Bücherladen bist. Doch, ich bin in einem Bücherladen, aber... In dem hat nämlich, äh, Skara schon die ganzen Leder-Couches nicht gelootet. Und die habe ich dann wenigstens noch mitgenommen. Da war mein Inventar aber auch voll. Sag, sag ich doch irgendwie. Ja, nicht gelootet. Da ist noch mehr, da ist noch mehr nicht gelootet. Er hat auch noch ne, ne, ähm, Crossbow-Schematics liegen gelassen, die ich da noch mitgenommen habe, aber, ja. Hi, Schneezombie. Tschüss, Schneezombie. Er wollte dich doch bestimmt nur umarmen. Und du bist so ließ zu ihm. Nee, ich steh nicht auf Umarmungen von... So, wie geht das jetzt hier mit dem Teil, wenn ich die Einzelteile fertig hab? Wieso sagt der hier Repair? Ja, komm her. Nee. So, Gas. Gluck, 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 gluck. Dann mal. Wo sehe ich, wenn das Ding voll ist? Welches Ding? Das Motorrad? Wenn's klackert, hä? Ähm, du machst doch einfach... Ich hab tausend Benzin reingemacht und wir sind in einer Stadt... 35% hat der das jetzt mit 500 Benzin, okay? Na, sag uns, wir sind in einer Stadt, wir kriegen hier Benzin her. Okay. Wollte ich nur so erwähnt haben. Was? Wir kriegen in der Stadt Benzin? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es hieß mal sowas. Oh, dieses Scheiß-Eins. Mach doch nicht immer Scheiße. Hab ich gar nicht gesagt. Ich hab Scheiß gesagt. Nicht Scheiße. Ja, bringen sie doch einfach mit. Ja. Ewig kein Minibike fahren. Halleluja. Oh. Hi. Spatzi. Wolltest du mich erschrecken, hä? Irgendwie treff ich's ja nicht. Ja. Jetzt schon. Irgendwo hüpft hier doch noch was rum. Hier hinter? Ohi, was ist denn mit meinem Wasserhaus passiert da drüben? Ähm, das haben wir als Wasserhaus umfunktioniert. Man redet von sich selbst im Flur ein. Ich dachte, ich nehme den Zombies mal die Spawnmöglichkeit und hab das ein bisschen verflacht. Und mal so nebenbei 8000 Holz gefarmt. Irgendwie ist das Minibike hier ziemlich lahm. Upsala. Man, diese... Hälfte-Duterei. Ja, das auch. Fett bin ich sowieso. Hey, das hört sich nach Wanderuern an. Hm. Oder wie? Ach nee, du bist das. Ich bin... Komisches Ding. Ich kann das nicht sein. Du bist ja auch kein komisches Ding. Na dann. Abbruch. Schön, dass du's selbst vermerken hast. Komm her. Ein Wolf, ich glaub's nicht. Nein! Du bist auf dem Minibike. Ja, toll. Aber nicht der schnellste. Ich hoffe mal, der hat auch die 30 Sekunden, wo er dann aufgibt. Eigentlich sollte ein Wolf nicht schneller sein als ein Minibike. Ja, stimmt. Das soll aber schneller sein. Was? Echt? Ja. Oh, dann wird schon mehr drin. Letzt, wie ich's gehört. Nett. Schön. Das macht das ja doppelt so viel Spaß. Und überall kriechen sie aus dem Boden raus. Ist ja mal ganz toll. Extra für mich. Oh. Oh, geißer. Sie ist ja gerannt. Sag mal, wie viel spawnen denn da? Ein ganzer Dutzend? Mal einfach so? Feral, jo. Warum auch nicht. Nur wegen mir. Ja. Wie Feral jetzt? Echt jetzt? Jo. Ei, 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 ei. Bist du mal ein Feral? Hat doch gar nichts gemacht. Du atmest, das reicht. Ja, okay. Das könnte natürlich sein. Jo, wo ist hier? Ist ja eine Zugbrücke. Oh, hier ist die Hälfte wirklich nicht gelootet. Oh mein Gott. Da ist wahrscheinlich noch mehr nicht gelootet, wie gesagt. Ey. Man soll nicht so... Irgendwo ist hier noch was. Ah, da kann ich mir sogar nicht drauf. Oh, ganz cool. Dann kommt auch ferner runter. Ach, du bist das. Ist das geil, wenn die Atmungsanzeige nicht da ist, Alter. Ach, ich liebe. Ähm, okay. Ich komme vielleicht auch ein bisschen näher mit dem Bike. Ich habe mich auch hier oben ver... Ach, von Leben verloren, neu. Äh, so, geradeaus und dann rechts runter, okay. Was haben wir hier noch? Naja, ich habe zwei Air Drops gerade eingesammelt, deswegen... Und beide waren im Wasser, ey. Nett. Ja. Was? 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 Hüpft hier jetzt noch einer rum? wirklich neustadt bei ich habe was gehört motorrad das ist schon da hast du vor der kirche geparkt genau da wo dein mini bike steht genau vor der kirche und das ist genau der laden wo wir drin waren ja und die helft ist nicht gelootet das wundert mich ich hätte auf 75 prozent getippt da war es dingsbums geteilt da hinten ist noch eine stadt im schneebäon ich dachte du wärst das nein das war ein zombie abtatsache da hinten läuft noch einer rum reingeht 1 2 3 4 bring mal den blutweg weil jetzt müssten wir hier durch sein heißt er wieder laut hier von passen müssen noch die verraten sehr witzig und das kann ich nicht mal auf die können die eigentlich verzichten so bis level 70 warum die laufnahme laufen ja nur immer laufen mein gott wo wir sehen gelaufen ist das nicht eine kirche suchen wir irgendwas bestimmtes was wir priorisieren oder einfach bücher werden ganz gut zum beispiel das war für mich hat das ist da reinge dein einkaufskorb dein mini bike tue ich dir da auch ein okay dann hast du wenigstens nach platz was man zu nehmen ist aber klein die kirche ja reicht doch oder wird so irgendein großes haus haben um das müsste zu verschenzen so wird einfach eine zweite etage reingemacht oben zwei truhen hingestellt kann man keine hilfe mehr überfahren du kannst auch keine zombies mehr überfahren was sagt doch eben gesagt ja ich glaube nicht nur schwarz in drei firma probiert wollte gerade ganz schädigen hirsch überfahren und den dann weg snacken ja proxy was was ich hier priorisiere ist eventuell dass du nicht jeden zombie an beigehen ist gerade die etage runter gehobst falls das aufgefallen ist ich rede mit dir guck dich an und dann steht plötzlich ein zombie vor mir das ist immer so komisch wenn wenn du gleich mal deinen loot weg bringst sobald du ein bisschen was hast kannst du noch irgendwo gucken ob wir irgendwo her wasser kriegen weil ein paar leere gläser haben wir dann glaube ich schon welche rein getan ich habe ja alles raus getan nämlich keine ahnung ob wir irgendwo ja hier ist eine bank ich habe mich ziemlich nah an der bank platziert dann war es die südliche stadt wo die bank quasi gesehen habe weil die habe ich komplett aufgedeckt da unten da wusste ich jetzt nicht wo wasser ding den ich bin nur mit mini bike durchfahren den bestglied king gemacht ach so rechte wo ist die oben hab doch eben gesagt ich habe das zweite etage ja ich wusste jetzt nicht genau in welches gebäude es sich handelt ja jetzt habe ich es gesehen aber abgeschlossen also sind erstens überarbeitet und fertig ja wo dann könnt ihr dann könnt ihr ich komme in die kisten nicht rein ich war habe es eben noch alleine und jetzt weiß ich was ich eben vergessen habe im büchern laden was ich habe mit büchern dann noch was und jetzt muss ich nochmal nochmal rein das ist noch der safe ist noch umgeöffnet wäre das eigentlich lustig wenn ich jetzt aus einem mini bike abbaue bei mir ins mini bike reinpacken und abbaue wäre super lustig für alle anderen wahrscheinlich ich habe kein problem mit rumlatschen so kann lange mich kein ferrador verfolgt wir sind in der stadt wo der zweite zusammen die ich nicht gesehen habe ferrador gut das macht hoffnung ja könnte könnte aussagekräftig sein kann aber auch reiner zufahre sein können wir dann ja mal hoffen dass proxy genügend athletics gespielt hat ich gucke jetzt erstmal dass ich wasser krieg ne hoffen wir mal einfach das ist super ja genau das wäre eine lebensgrundlage ja solange ich noch hier bin ja hoffe ich das sehr obwohl mein gott solange es nicht zu viele wären das sieht doch aus wie ein wasserquellchen na toll wie mache ich noch mal den basket case da rein e die gedrückt wollten genauso genauso wie den ach da so gut ach ja ich und mini bikes bei welten irgendwas welchen drinnen da ist das draußen ich hatte ja noch keinen drinnen da ist ne bank direkt davor ist noch keiner da oh jetzt spawns alle ok ist ja super hab ich doch gehofft ok ich kann doch nicht in ne bank ohne sleeper das wäre ja langweilig ja so wir haben zwölf nörg water das ist gut müssen wir nur noch einen kochtopf finden ja aber den sollten wir in einer stadt auch irgendwie finden wir haben schon 17 uhr ne mhm hast du da irgendwo ein normales haus was du noch looten kannst keine ahnung weil da ist glaube ich die chance noch ein bisschen da ist ne villa sollte man vielleicht mal rein ich hab auch zweimal murky water und scheiße scheiße habe ich ja irgendwie ruckelt es auch so ganz leicht ja es ist grad ein wenig was am lassen ja das ist aber noch bei euch im jörg ist nicht ja das ist kein problem hier ist alles oh scheiße der muss ja auch die ganze stadt ach man ja hab mich verklickt äh verdrückt spring mal rein in die richtige richtung zu dem händler kannst du mal gucken ja ich äh ne was noch tust du der Pfeil ist nur wenn du schiebst ja doch der Pfeil ist genau richtig einfach weiter fahren sieht nur so aus als würdest du irgendwie schieffahren ja na prima ja ohne deinen kopf mit zu drehen ah da ist er schon fast mal bei dem reinklotzen oh ich seh grad mein Spritz hä oh reicht der denn noch? 27% ja das reicht noch meine ja eigentlich hey was geht ab? was hast du für mich hä? ein Bierbuch wenn denn und wir sollen wenn nicht gibt's deine mittags ja toll jetzt versaust du es dir schon vorher mit dem oder was? ah das hat er noch nicht gehört neiiiin ok ok wenn du meinst dann klopft schon Zombie an den hört er wahrscheinlich die hätten halt auch ein Bier allzu verständlich ein buch ja musste wollen versprochen das versprochen hallo heute und jetzt noch locker nämlich jetzt bitte jetzt wird er noch ein gut dass du gerade beim händler drin allerdings ein kochtopf jetzt überlege ich nur was ich jetzt stattdessen weg das wird lustig so dann komme ich mal schnell raus ich habe mich mal wieder gemütet ganz toll die welt hat nicht viel verpasst außer die aussage ein kochtopf ich komme gleich zurück das war die das ist die beste aussage also ganz ganz ehrlich ich wollte gerade sagen das ist lebens das meine ich jetzt ernst bei sowas mutter sich davor nicht danach alle alle anderen du meinst jetzt die zwei innerhalb der letzten 50 minuten oder was ja das kann ja sein ich zähle nicht mit ich glaube doch nicht an wenn ich hier gerade aufmache das ist unnötig ja der wollte er will einfach sein der wir an der aus dieser save türe aus da aber so weit bin ich noch nicht sagen lieber kaufen ja meistens eher ne ja war ich mitgenommen sehr gut gibt es denn noch irgendwo ein händler zum abfahren erfahren hat noch irgendwer ein anderer wo sie wie sieht es bei dios wo ist deine oder west die östliche stadt hat sagen da waren ja also und ich schon das letzte mal das wird glaube ich abgefallen schon der war ja und der war ja nicht weit weg du weißt dass ich jetzt auch noch dann ja ich hab's mal abgebrochen ja richtig doof nicht mehr zum großen eier sind groß vielleicht finden wir ja noch ein paar eier dass man das restliche fleisch erstmal drin könnte ja was kommt und body das wird so dann habe ich noch mal dran nichts zu Ende rausnehmen muss noch einmal in die Bank zurück da ist noch so viel aber das schaffe ich alles bis dahin nicht schaffen würde es witziger warum glaube ich nicht wenn es uns auch gar keinen Spaß mein Gott ich bin da bin da doch schon schmerzfrei wenn ich es nicht schaffen würde würde ich mich auf die Bank gesellen oder so würde ich mich mit Proxy unterhalten indem ich ihm zuschreie du Arsch vor mich her ja klapp du mal weiter an du komischer Code Star juhu du hast schon mal eine Stufe geschafft wer klopft wo ist denn der der klopft hinter der Tür aber ist das zufällig das Teil mit den Minen hinten dran mit den was mit den Minen die Tür ist eigentlich immer offen äh jetzt hab ich gerade einen Neck nein ja ist äh hoppala wow wolltest du nicht umlaufen ne nein ja wolltest du nicht umlaufen ist doch nur der eine drin nein ist noch Militärboil oiaiaiaia ja jetzt haben wir es aber sollen wir jetzt erstmal hier zu machen damit kann er noch ein läuft so ja macht das man das aus äh ich fang mal links an zu Langeweile links unten oder links oben ich fange links oben an fang du mal rechts unten an äh das wird echt eng ähm Loot-Skill 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 hab ich gar nix 10 oder 12 oder so also ich hab Quality 1 gut dann mach ich's ja nur auf dann kannst du mal reingucken ja versuch keine Ausdauer ähm was hast du denn für den Lernen hier oben äh ich hab da noch Skate runter na komm ähm was oh scheiße okay ich muss rein Plaid scheiße Schöne Sachen wiederholst dich ist auch wiederholenswert alles schon raus ich bin fast voll jetzt dann mit nach Hause kirche das hört sich schon mal anders an dein zuhause du hast ja ich will ja auch nicht dass das minibank nachher weg ist das nachher weg deswegen spawn ich lieber hier drin falls ich hier sterben sollte okay dann kannst du auf meins mit aufpassen ich bring dir das nicht mit nur damit es nicht weg genau wenn du heute nacht sterben solltest und ich hier morgen wieder auf den weg machen willst du hast kein problem ist von dann lieber hier und da ich ja so wahnsinnig oft schon gestorben bin würde ich jetzt nicht darauf anlegen wollen aber na ja ich suche gerade noch ein paar pflanzen für t ihr habt 15 level gemacht neulich ohne mich ja 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 das hast du davon wahnsinn na du ich häng auch hinterher ist anders kein problem glaube man auch sie auch 548 kills okay das kann man gleich wissen aber halt rein nur fast nur durch boden ja ja glaube ich das lecker wird auch nachher nachher ist gut ja ich werde den wohl ich habe über 70 keys gemacht alleine okay in der hole ich war bei 40 nicht schlecht nicht schlecht ich habe vorher mal nachgeschaut habe vor so gemacht und dann hatte ich über 70 die kreis mehr im ja an der stelle können wir jetzt eigentlich mal kurz das päuschen machen was willst du ein päuschen machen ist ja schon dunkel mit aufnahmen oder was ja klar ich lass es durchlaufen nicht dass ich einmal sterbe und das nicht auf celluloid gebannt habe das ist richtig da solltest du auch was dann machen wir extra richtig gutes altes 8 mm nur für meinen einzigen tod in der ganzen alpha 16 ne quatsch jetzt übertreibt er ne bisschen nur minimal ja naja ja 16% benzin nur noch bin aber jetzt in der base frisch schon einiges naja ich bin ja jetzt vor vier hände abgefangen so wegen der zapfsäule hätte ich noch schauen können das stimmt ja das wäre schick gewesen aber habe ich irgendwie glaube ich eh nicht gesehen so 20 uhr pünktlich und dann machen wir mal schluss für diesen spieltag bis denn tschüss